So, nochmal Mic Check 1.3 im Hörsaal. Das sollte jetzt funktionieren. Hier sieht das auch ganz gut aus. Dann gebe ich mal auch meinen Bildschirm frei und hoffe mal, dass das heute hier auch technisch fantastisch funktioniert. Heute benutze ich mal wieder meine eigene Kamera und nicht die im Hörsaal eingebaute, weil so ganz so toll hat mir das dann beim letzten Mal auch nicht gefallen. Ich begrüße alle recht herzlich. Ich bin immer noch Matthias Magdowski, Senior Consultant of Educational Streaming Affairs an der Orte von Gerica Universität in Magdeburg. Ich habe zum Einstieg, wie so immer, eine kleine Icebreaker-Frage mitgebracht, nämlich auf einer Skala von EM-Maskottchen. Wie geht es dir heute? Und passend zur EM, die jetzt irgendwie so in zwei Wochen oder sowas startet. Ich werde gleich mal kurz gucken im Browser, ob das jetzt auch technisch funktioniert hier mit meiner Participify-Umfrage. Ich habe das heute ein bisschen anders gestaltet als beim letzten Mal. Ich habe einfach alle Fragen in ein Fragen-Set irgendwie für heute reinkopiert. Mal gucken, ob das jetzt schon freigegeben ist. Also ich gehe gleich nochmal zu der Seite zurück. Ich will nochmal hier kurz schauen, wenn ich in den Präsentieren-Modus gehe und mal auf die Fragen-Serie gebe, will ich die freigeben? Ne, die will ich eigentlich nicht freigeben. Zweites Semester. Das ist doch schon mal falsch. Ich will in die GT-Plenum rein und will die präsentieren. Und dann sollte da die Frage sein und dann sollte bei euch das irgendwie so aussehen. Hier ist immer noch so ein Q&A-Board und hier ist unter GT-Plenum, solltet ihr diese Frage sehen. Also eigentlich sollte das für euch funktionieren. So, jetzt zeige ich wieder die Bildchen und kann noch ein bisschen was dabei erzählen. Also ich weiß nicht, wie lange es EMs gibt. Ich glaube so seit den 50er, 60er Jahren. Es gibt auf jeden Fall noch nicht so wahnsinnig lange Maskottchen. Passend zu den EMs, das erste Maskottchen gab es 1980, EM in Italien. Das hieß einfach Pinocchio, so wie man so Pinocchio kennt. Ja, dann 1984, mein Geburtsjahr, EM in Frankreich. Der schöne Hahn hier hieß irgendwie Peno oder so. Dann war die EM in der Bundesrepublik Deutschland 1988. Das schöne, der Hase hier hieß Bernie. Passend zu dem Wunder von Bern hat man sich das so ausgedacht. Dann ist das hier schon 1996, EM in England. Der Löwe heißt Goliath. Jetzt kann man sich fragen, okay, warum taucht jetzt die EM 92 nicht auf? Und wo war die? Die war in Schweden. Und das Maskottchen war unglaublich unkreativ. Das war nämlich auch einfach ein Kaninchen. Das sah dem Hasen hier erschreckend ähnlich. Und das hatte auch keinen Namen, das hieß einfach Kaninchen. Deswegen habe ich das hier mal rausgelassen. So, dann ist das hier irgendwie keine Ahnung, was das sein soll. Das hieß auf jeden Fall Bene Lucky war, als die EM 2000 in Belgien und in Niederlanden war. Dann war sie 2004 mit dem Maskottchen Piñas in Portugal. Dann sind das Tricks und Flicks, als die EM in Österreich und der Schweiz war. Dann diese beiden netten Gesellen hier hießen Slatko und Slefko oder sowas. EM in Pohnen und der Ukraine 2012. Und das war Super Victor von der EM 2016 in Frankreich. Und das EM-Maskottchen in diesem Jahr, weiß schon jemand, wie das heißt und wie es aussieht? Es ist ein Bär. Zum Glück trägt er, glaube ich, diesmal eine Hose und die heißt Albert. Sehr, sehr, sehr kreativ, was die Leute sich dort ausgedacht haben. So, also am sympathischsten von denen ist mir ja eigentlich ja Pinocchio. Deswegen wähle ich mal den und klicke hier mal auf eine 1 und klicke mal auf Absenden. Und dann steht da, ich habe geantwortet. Und jetzt muss ich hier, glaube ich, wieder auf Ergebnisse klicken. Und dann hat tatsächlich wahrscheinlich mit meiner Stimme, wie ich das jetzt so richtig sehe, die 1 gewonnen. Aber nicht gefolgt von der 3 und von der 8. Und die 3 ist Bernie und die 8. Okay, ja, natürlich, klar. Polen und die Ukraine relativ weit vorn hier im Publikum. Sehr gut, okay. So, dann gibt es gleich noch eine zweite Frage, nämlich hast du dir schon die Aufgabenstellung für die 10. Zusatzaufgabe angeschaut? Und ich glaube, die Frage muss ich jetzt erst mal freigeben, kurz. Die ist hier wieder noch gesperrt. Und GT-Plenum, Inhalte bis hier freigeben. So, jetzt sollte eigentlich, es sind zwei weitere Inhalte verfügbar, welche noch nicht freigeben sind. Also ich, es ist hier Work in Progress. Ah ja, jetzt kann man auf Fortfahren klicken. Und dann kommt diese zweite Frage. Ich zeige sie lieber nochmal hier. Und gebe mal noch ein paar Sekunden für die Abstimmung. Und gucke mal nebenbei auf meinem Handy, ob das jetzt hier alles so technisch gut funktioniert und vernünftig aussieht. Ich mache mich mal kurz an. Oh, sieht eigentlich ganz passabel aus. Okay. Sehr gut. So, dann schauen wir mal in die Ergebnisse rein. Präsentieren. Ergebnisse. Und dann muss ich vorwärts klicken und Space drücken. Und dann sagen die meisten, ja, sieht einfach aus. Und ein paar sagen, nein, noch keine Zeit. Und immerhin sagt, oh, es sagt eine Person, nein, noch nicht bekommen. Also ich habe sie alle am letzten Samstag verschickt. Also wer sie noch nicht bekommen hat, müsste mal freundlich eine E-Mail nochmal an mich schicken. Oder, weiß ich, den Spam-Ordner kontrollieren oder was man eben so macht. Ich meine, E-Mail ist ja kein wahnsinnig sicheres Kommunikationsmedium. Aber verschickt sein sollten sie auf jeden Fall. Aber immerhin sagt keiner, welche personalisierte Zusatzaufgabe. Das Prinzip sollte sich ja jetzt zum fast Mitte, Ende des zweiten Semesters schon rumgesprochen haben. Okay, sehr gut. So, dann gibt es noch einen kleinen Tipp zu dieser zehnten Zusatzaufgabe. Da geht es ja darum, Ersatzimpedanz zu berechnen. Da gibt es mindestens dieses eine, ich würde vermuten, es gibt auch noch ein paar andere Videos auf meinem YouTube-Kanal, wo das zum Beispiel mal in LTSpice gezeigt ist. Also hier für eine etwas einfachere Schaltung. Ja, einfach nur mit einem Widerstand und einer Kapazität. Aber Schaltung kann man ja noch beliebig komplizierter bauen. Und auf jeden Fall, was man dann in LTSpice machen muss, um mit einer Spannungsquelle als Quelle oder man könnte da auch eine Stromquelle hinbauen. Auf jeden Fall, wie man dann die Eingangsimpedanz oder sozusagen die Gesamtimpedanz dieser Schaltung aus Sicht der Quelle rausbekommt. Das ist ja auch genau Thema dieser Aufgabe. So, dann hatte ich beim letzten Mal versprochen, vielleicht noch ein kleines Experiment zu zeigen zum reinen Schwingkreis. Das muss ich jetzt wahrscheinlich mal noch aufbauen, weil der Veranstaltung vorher hat noch ein bisschen länger gedauert. Es gab ein paar Fragen vorher. Irgendwas hier hat mit dem Mikrofon funktioniert. Unsere freundliche Medientechnik war noch hier und hat, ich glaube, sogar irgendwie eine Platine in diesem Mikrofon getauscht. Irgendwelche Frequenzen neu programmiert. Alle möglichen Sachen gemacht. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall mal meine Kamera. Und beim letzten Mal erschien mir das Bild fast etwas unscharf. Ich habe heute mal die Linse geputzt. Und mal gucken, welche Kamera jetzt angeht. Ha, meine Frontkamera, aber die will ich nicht haben. Ich möchte meine Hauptkamera eigentlich sehen. Ja, so. Da ist sie. Und da kann ich jetzt erst mal aus meinem Köfferchen hier den Reinschwingkreis vorholen, den wir beim letzten Mal hatten. Da war dieser Widerstand drin, 10 Kiloohm, wenn man sich erinnert, ein 100 Nanofarad Kondensator und diese 10 Millihenrispule. So, und jetzt haben wir beim letzten Mal von dem Teil sehr schön die Impedanz gemessen. Und das, was ich jetzt heute mal zeigen wollen würde, ist diese Resonanzüberhöhung. Ja, also wir, beim letzten Mal haben wir nur einfach an einem Port gemessen, Impedanz. Heute ist jetzt mal die Idee, wir nehmen dieses schöne Osloskop hier. Das hat, wie gesagt, zwei Eingänge, A und B und hat eine Quelle, hat einen Ausgang. Diesen hier, AWG, steht für Arbitrary Waveform Generator, also sozusagen ein programmierbarer Signalausgang. So, jetzt mach's gleich BIM-BIM, weil ich meine Maus rausziehen muss. Und das Osloskop schon mal reinstecke. So, und dann brauche ich ein Kabel für die Quelle. Das sieht so aus, das ist so ein bisschen gebastelt und gefrickelt, dass ich von einem koaxialen Eingang oder Ausgang, also diesem hier, sozusagen zu meiner Schaltung komme. Und stecke das mal hier so rein, dass ich hier den, die Masse an die Spule lege und die Spannung an den Widerstand. Ne, ich mach das mal andersrum, ich glaub, das erscheint mir besser. Ne, messe ich nämlich erstmal die Spannung über den Widerstand. So, also so sieht das Ganze jetzt ungefähr aus. Das ist Masse, das ist nachher die Spannung von meiner Quelle und die speist eben diese Reihenschaltung aus R, L und C. Die speist diesen gesamten Reihenschwingkreis. So, jetzt brauche ich noch mehr Kabel. Nämlich diese hier. Das sind jetzt so ganz normale Messkabel-Tastköpfe. Und da habe ich einen, der hat hier so rote Markierungen. Den benutze ich jetzt für Kanal A. Schließe den mal hier an und dann kann man hier so sehen, den habe ich jetzt auf 10-fach gestellt. Ein bisschen paranoid, ich habe Angst, dass da jetzt irgendwas kaputt geht. Deswegen begrenze ich mal die Spannung da sozusagen so ein bisschen. So, jetzt muss ich den eigentlich hier irgendwie, will ich damit meine Gesamtspannung messen. Da komme ich jetzt nicht ran, da muss ich mir noch irgendwie eine Klemme reinstecken. Die muss ich mal hier aus der anderen Kiste suchen. Das ist wieder diese kleine Buchse, die ich beim, oder diesen kleinen Stecker, den ich beim Messmaschinen irgendwie hatte. So, also diesen hier, den stecke ich jetzt da rein, wo die, wo die Spule, wo die Gesamtspannung anliegt. Und dann kann ich hier den Spannungstastkopf anschließen und kann damit die Gesamtspannung messen. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, und jetzt will ich mit dem zweiten Kanal, mit dem Kanal B, dafür nehme ich dieses Kabel hier, was die gelbe Markierung hat, und schließe es an Kanal B an. Und damit messe ich jetzt nur die Spannung, also das ist nochmal ein kurzer Check, das ist hier auch auf 10-fach gestellt. Und damit messe ich jetzt nur die Spannung über den Widerstand. Und eigentlich hier ist jetzt nochmal ein Anschluss dran für die Masse jeweils, den brauche ich aber nicht, muss ich nicht anschließen, weil die Masse kriege ich schon von dem Signalgenerator. So, also das ist jetzt mein Messaufbau. So, jetzt funktioniert meine Maus wieder nicht mehr. Ich mache davon auch schon mal ein Foto. So, und, ähm, tja, jetzt funktioniert ja so ein Osteroskop hier im Normalfall so, dass man damit Sachen im Zeitbereich misst. Und jetzt könnte man natürlich im Zeitbereich messen, einmal irgendwie unterhalb der Resonanzfrequenz, einmal bei Resonanzfrequenz, einmal oberhalb der Resonanzfrequenz und daraus irgendwie schlau werden. Eigentlich ist es schöner, wenn man jetzt direkt versucht, so ein bisschen damit im Frequenzbereich zu messen. Und dafür gibt es hier so eine extra Software, die heißt FRA, Frequency Response Analyzer für dieses Picoscope. Hat mal irgendjemand freundlicherweise programmiert. Und die lädt jetzt, und ich mache mal das Bild hier, oder die Kamera runter, damit das vielleicht meinen Computer nicht ganz so arg auslastet. Und dann stelle ich fest, ich muss mal gleich noch hier ein Netzteil anschließen. Aber das mache ich nach dem Experiment. So, ist die Software jetzt hier schon geladen? Geladen? Ne, doch, da ist sie. So, also da ist die Software. Und jetzt stellen wir mal ein, so wie beim letzten Mal, von 100 Hertz bis 100 Kilohertz. Stellen das mal auf 2 Volt Amplitude. Das sollte eigentlich funktionieren, aber vielleicht stelle ich das auch mal auf 1 Volt. Ich lasse das einfach bei 2 Volt. Und ich klicke mal Go. So, und jetzt haben wir als Eingangskanal Kanal A eingestellt. Also das ist der Gesamt, die Gesamtspannung, die von der Quelle und der Ausgangskanal, Kanal B ist der über den Widerstand. Und wir messen jetzt im Prinzip dann, das was uns hier angezeigt wird, ist sowas wie ein Spannungsteiler. Die Spannung über den Widerstand im Verhältnis zu der Gesamtspannung. So, und jetzt können wir uns so kurz überlegen, wie sollte das denn aussehen in dem Fall? Also wenn ich mir jetzt die Spannung über den Widerstand anschaue, im Verhältnis zur Gesamtspannung. So, die Gesamtspannung gebe ich vor, die sollte natürlich frequenzunabhängig konstant sein. So, die Spannung über den Widerstand entspricht, wozu ist die proportional? Zum Strom, ja, USR mal ISO. Und der Strom im Resonanz, im reinen Schwingkreis, im reinen Resonanzkreis bei tiefen Frequenzen ist der sehr klein, weil die Impedanz ist ja sehr groß, weil die Kapazität sperrt ja. Ja, dann haben wir bei Resonanz so ein Impedanzminimum, weil genaue Kapazität leitet schon, Induktivität sperrt noch nicht. Die heben sich genau gegenseitig auf, dann wird der Strom maximal. Und bei hohen Frequenzen sperrt die Induktivität und der Strom sollte wieder klein werden. Also wir sollten jetzt eine Kurve sehen, ne, hier, die hoch geht, ein Maximum hat und wieder runter geht. Also so eine klassische Resonanzkurve, genau sowas sollte man jetzt sehen. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe das vorher nicht ausprobiert. Ähm, ich bin jetzt genauso gespannt. So, und während das jetzt so misst, also wir sehen eine blaue Kurve, das ist der Betrag und wir sehen eine rote Kurve, das ist der Phasenwinkel. Und sieht eigentlich perfekt aus. Sieht aus wie gemalt. Ähm, und das ist jetzt in dB skaliert. Jetzt müsste man noch so ein bisschen wissen, was dB ist. Das haben wir uns letztes, Anfang ganz letzten Semesters mal angeschaut. Wenn man jetzt noch so EMV Hochfrequenz Technik und so macht, wird man auch noch viel mit dB zu tun haben. Ähm, also hier, das ist ja auf Spannung bezogen. 20 dB ist ein Faktor von 10. Äh, 10 dB ist ein Faktor von 3 ungefähr. Ja, und wir hatten beim letzten Mal ausgerechnet, kann sich noch jemand erinnern, was wir für eine Güte hatten für diesen Reihenschwingkreis? Ich suche mal nebenbei mein Netzteil für meinen Laptop. Wer hat ein gutes Erinnerungsvermögen? Was haben wir da so schön ausgerechnet für die Güte? Weiß gar nicht mehr, ist schon eine Woche her. Also wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, täte ich sagen, es waren so vier oder fünf oder sowas. Also viel war das nicht. Irgendwie sowas in dem Dreh, ja. So, und das heißt, unsere Spannung über den Widerstand, die sollte, äh, im Prinzip dann, tja, ist eigentlich eine gute Frage, ne? Warum wird die jetzt größer? Eigentlich sollte die ja, wenn ich jetzt das mit Spannung betrachte, sollte die ja genauso groß sein, wie die von der Quelle im Resonanzfall. Also eigentlich sollte da überhaupt nichts größer rauskommen, überhaupt nichts mit positiven dB. Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage, warum überhaupt was Positives bei rauskommt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall, bei tiefen Frequenzen ist es klein, bei hohen Frequenzen ist es auch klein. Und dazwischen gibt es dieses Maximum und das Maximum ist irgendwo, also wenn hier 10 dB sind, sind hier 12, sind hier 14, 14 dB, müsste man jetzt mal umrechnen, was das ist. Das könnte so ein Faktor 5 sein. Frage ist nur, warum kommt der da raus, ne? Weil meine Tastköpfe, habe ich ja vorher gecheckt, ähm, stehen ja alle auf Faktor 10. Eigentlich sollte sich das genau rauskürzen. Also auch wenn die jetzt hier beide, ich habe die jetzt hier beide auf 1 gestellt, ähm, eigentlich sollte da nichts passieren. Oder doch, vielleicht, warte mal, wenn ich, vielleicht ist das jetzt genau der, aber wohl, 10 sollte ja ein Faktor 20 dB sein. Ich weiß nicht. Ich, äh, stelle das mal gleich zurück. Oh, ich, ich, ich mache mal diese Messung gleich nochmal. Ich mache mal kurz einen Screenshot. So, also wenn wir es mal auf 10 stellen, so wie das wirklich ist und nochmal Go drücken, dann ändert es sich an der Kurve, aber wie man sieht, nicht so wahnsinnig viel. Es ist halt immer noch genau das, so wie ich das jetzt auch erwarten würde, immer noch genau das gleiche wie vorher. Okay. Aber funktioniert. So, jetzt brauche ich wieder meine Kamera. Jetzt baue ich die Schaltung mal so ein bisschen um. Und zwar tausche ich jetzt mal die Reihenfolge von dem Widerstand. Den stecke ich so ein bisschen hier rüber. Und von dem Kondensator, mal gucken, wie ich den da vorsichtig rausgezogen bekomme, so. Und stecke mal den Kondensator hier vorn rein. Und wenn ich jetzt an der gleichen Position messe wie vorher, nämlich so. Ja, dann sieht man das so ein bisschen schwierig, weil hier diese Kabel so arg davor hängen. Aber man kann es ja ahnen, dass ich jetzt die Spannung über dem Kondensator messe. Richtig? So. Das ist die große Frage. Wenn ich jetzt hier wieder auf Go drücke, wie sollte die Kurve aussehen, wenn ich die Spannung über dem Kondensator messe, im Verhältnis zu der Gesamtspannung? Da gibt es eine Idee. So, du hast nur mit der Hand schon überlegt, wie es aussieht. Wie sollte das jetzt aussehen? Also bei tiefen Frequenzen sperrt der Kondensator. Bei hohen Frequenzen leitet der. Ja, und dazwischen gibt es ja noch so diesen Fall, dass da irgendwie viel mehr Strom fließt, weil wir so in dieser Resonanzkurve sind. So, wenn ich das jetzt nur mir bezogen auf Spannung anschaue, ja, dann sollte das jetzt irgendwie eigentlich so sein. Bei tiefen Frequenzen sollte das konstant sein, weil einfach der Kondensator sperrt. Dann fällt die gesamte Quellspannung über dem Kondensator ab. Dann gibt es ein Maximum. Und dann geht das umso steiler nach unten. Ja, also hier steigt das ja proportional zur Frequenz an. Hier fällt es proportional zur Frequenz ab. Und jetzt, das ist ja proportional zum Strom. Und die Impedanz von dem Kondensator ist, 1 durchjolt Omega c. Also das heißt, die Impedanz von dem Kondensator ist was, was mit der Frequenz abfällt. Ja, und das, was mit der Frequenz abfällt, multipliziert mit dem, was mit der Frequenz ansteigt. Sollte hier vorne was Konstantes ergeben, dann sollten wir diese Resonanz sehen. Und hier hinten sollte das umso steiler abfallen, nämlich proportional zum Quadrat der Frequenz. So, probieren wir das mal aus. Ich klicke mal auf Go. Auch das habe ich vorher nicht ausprobiert wie den Rest dieses Experiments. So, und dann sieht man, das sieht eigentlich auch aus wie gemalt. Also genau wie ich das gerade erklärt habe. Ja, es bleibt vorne konstant. Dann gibt es diese Resonanz. Und dann fällt das umso steiler ab. Nämlich nicht mit 20 dB pro Dekade, sondern mit 40 dB pro Dekade. Und der Phasenwinkel geht, die Phasenachse, da ist ein bisschen komisch skaliert, geht von 0 auf minus 180 Grad. Ja, weil man, also irgendwann eilt der Strom eben nach und die Spannung am Kondensator eilt nochmal nach gegenüber dem Strom, sodass das zweimal nach eilt, sodass das sich um 180 Grad schon verspätet. So, sieht eigentlich auch fantastisch aus. Sieht aus wie gemalt. So, jetzt, ähm, letztes Experiment. Jetzt will ich die Spannung messen über der Spule. Und anstatt jetzt die Spule umzustöpseln, stöpsele ich jetzt ein paar andere Sachen um. Also ich drehe jetzt mal einfach die Position meiner Quelle hier um, sodass die Quelle an der Spule speist. Dann muss ich hier, muss ich den, den, meinen Hilfsdraht hier auch mal umstöpseln. Dann kann ich hier hinten die Gesamtspannung messen. Ja, also hier ist jetzt meine Masse. Hier ist der Bezug. Hier messe ich jetzt die Gesamtspannung. Die hat sich jetzt von der Richtung her einfach umgedreht. Und mit dem Tastkopf kann ich jetzt hier an dieser Stelle die Spannung über der Spule messen. Also hier ist Masse. Hier messe ich mit Kanal B die Spannung über der Spule. Hier messe ich mit Kanal A die Gesamtspannung. Naja, kann man ansatzweise erkennen. Eigentlich wäre es geiler, wenn ich eine Kamera hätte, die das einfach von oben filmt. Aber dann brauche ich nochmal einen USB-Port und den habe ich nicht. Und der Hörsaal ist technisch auch noch nicht so geil ausgestattet. Die neuen Hörsäle übrigens, also die haben sehr, 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 sehr gute Visualizer, die irgendwie so gefühlt 2.000, 3.000 Euro das Stück kosten. Und die dementsprechend natürlich sehr schöne Bilder machen. So, jetzt bevor ich auf Go klicke, können wir uns wieder überlegen, wie sollte das jetzt hier aussehen, wenn ich die Spannung über der Induktivität messe. Gibt es Vorschläge? Quasi genau umgekehrt. Also wenn ich das jetzt horizontal spiegle, das sollte hier vorn, sollte das jetzt umso steiler ansteigen, weil bei tiefen Frequenzen ist der Strom klein und die Induktivität ist noch bei tiefen Frequenzen wie ein Kurzschluss. Die macht das nochmal kleiner. Dann sollten wir diese Resonanz sehen und dann nimmt zwar der Strom proportional zur Frequenz ab, aber die Spannung an der Induktivität ist ja j Omega L mal i, die Impedanz steigt mit der Frequenz. Also fallender Strom, steigende Impedanz sollte eine konstante Spannung ergeben. Können wir ja auch mal Go klicken und dann misst das und misst und misst und misst und dann sieht man, dass das genauso passiert. So und jetzt ist hier so ein bisschen interessanter Effekt. Also es steigt mit der Frequenz an. Wir haben eine Resonanz. Ich erhöhe mal, also diese 10 Steps pro Dekade sind ein bisschen wenig. Ich mache mal 100, dann sieht diese Resonanz nämlich ein bisschen geiler aus. So und naja, wenn man sich das jetzt so anguckt, also jetzt rauscht das da wie verrückt. So richtig toll sieht die Kurve noch nicht aus. Da sieht man, wir sind jetzt so ein bisschen an der Grenze der Messdynamik angekommen. Aber das ist einfach die Messunsicherheit, die wir da jetzt sehen und die wird natürlich jetzt kleiner und kleiner und kleiner, je größer diese Kurve anwächst. Also Impedanz steigt an, steigt an, steigt an. Dann haben wir diese Resonanz jetzt so ein bisschen hübscher aufgelöst und dann geht die Spannung wieder ein bisschen runter und bleibt sozusagen konstant. So und Tja, was ich immer noch nicht so richtig verstehe, ist, warum wir jetzt so hab ich denn was an meinem Resonanzdings geändert? Also warum wir jetzt über 20, weil, warum wir jetzt auch auf 20 dB hinauslaufen am Ende? Weil es kann ja eigentlich nicht mehr werden als die Quellspannung. AC Coupling, vielleicht irgendwie mit den 2 Volt Peak Peak Amplitude. Ich mach mal gleich mal die Messung nochmal mit einem Volt Peak. So, ähm, die Frage, auf die ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, warum macht der, warum macht der Strom, ähm, also hier sieht man, so richtig steil steigt der nicht an. Also hier steigt der steil an, aber hier vorne nicht. Und der Phasenwinkel macht doch irgendwie komische Sachen und startet eher so mit 0 und nicht mit 90. Eigentlich sollte doch die Spannung an der Spule mit 90 Grad starten. Warum macht die das nicht? Genau, also weil die Spule ja keine perfekte Induktivität ist, sondern die hat ja noch einen Widerstand drin. Ja, haben wir beim letzten Mal auch gemessen. Ja, und, ähm, also ich hab ja jetzt noch extra einen Widerstand in den, in meinen Kreis hier eingebaut, sodass ich da überhaupt einen Widerstand habe, an dem ich irgendwie was messen kann, weil ich natürlich ja sonst nicht an den einzelnen Kupferwiderstand von der Spule rankomme. Aber die Spule hat eben innen drin auch noch mal einen Widerstand und der macht mir hier so ein bisschen das Messergebnis kaputt, ja. So, aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. So, jetzt mach ich mal, bevor ich weitermache, äh, Trick 17. Ich will mal nur gucken, ob sich jetzt irgendwas ändert an der Kurve, wenn ich das mal mit einem Volt Peak mache. Äh, weil so richtig, richtig, ähm, ähm, ist mir noch nicht klar, warum die Kurve so aussieht, wie sie aussieht, warum da jetzt 20 dB rauskommen. Also irgendwie entweder einer meiner Tastköpfe spinnt und steht nicht wirklich auf 10. Diese Schiebeschalter, die lassen sich sehr schnell und sehr einfach verschieben. Das könnte natürlich daran liegen. Da gucke ich gleich noch mal nach. Aber, ähm, das steigt ja jetzt immer noch an und immer noch an und steigt jetzt über 20 dB und jetzt, äh, gibt's so langsam auf. Man sieht diese Resonanz und jetzt geht das wieder auf 20 dB runter und eben nicht auf 0, ne. Also es liegt nicht an, ich meine, wenn die Spannung Faktor 2 zu groß ist, sollten das auch eher 6 dB sein als Unterschied, die man da jetzt irgendwie misst. 20 dB sind so ein bisschen komisch. Das spricht eigentlich dafür, dass da auch immer so ein Faktor 10 drin ist. Ähm, könnte, könnte aber auch an dem Widerstand liegen. Also wahrscheinlich liegt das genau an dem Verhältnis von dem, von dem verbleibenden Kupferwiderstand, der auch in der Spule drin ist. Ja, also sieht ja jetzt nicht anders aus in dem Fall. Sieht immer noch genauso aus wie vorher. So, und wenn ich mal nochmal das Kamerabildchen zeige und mal ohne hier auf irgendwas ranzukommen. Also der Tastkopf hier, der steht auf jeden Fall auf die Stufe 10X geschoben. Und der andere Tastkopf hier hinten, mit dem ich jetzt die Teilspannung gemessen habe, der ist auf jeden Fall auch auf 10 geschoben. Also müsste man jetzt mal nochmal nachrechnen, nachsimulieren. Ich tippe mal jetzt darauf, dass das an diesem, ich habe einen Widerstand und ich habe nochmal einen Widerstand in der, in der Induktivität drin. So, auf jeden Fall schönes Experiment. Äh, Bilder davon packe ich dann auch mal wieder in den Foliensatz rein. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier geschickt weitermache, ohne meine Maus. Da mache ich mal mein Tablet an, genau. So, dann habe ich noch eine kleine Frage und die letzte Frage für heute. Nämlich, was fällt dir zum Thema Dualität ein? Gleicher QR-Code wie vorhin. Der Browser sollte die Seite noch kennen. Ich muss mal die Umfrage freischalten. Ähm, ich muss wieder auf meine Maus umschalten, sonst wird das hier nix. Psi. So, also, mal die alte Erkenntnis, USB-Ports kann so ein Computer nicht genug haben. Ähm, GT-Plenum und jetzt einfach Inhalte bis hier freigeben, alles freigeben. So. Ähm, ja, schon gelöst. So, und jetzt sollte es eigentlich eine dritte Frage geben, genau, fortfahren. Ähm, oder Frage Nummer drei. Was fällt dir zum Thema Dualität ein? So, ich zeige noch mal kurz den QR-Code und den Link. Und, äh, warte mal ein paar Sekunden ab und dann, ähm, jetzt können wir ja mal in die Ergebnisse reinschauen. Also hier wieder irgendwie präsentieren. Ergebnisse. Dritte Frage. Space drücken. Es sind keine Antworten vorhanden. Oh. Funktioniert das denn technisch? Ja, es tippen noch Leute bestimmt gerade. So, sehr gute Gelegenheit für mich, sich was zu trinken einzuschenken. Ah ja, so, und da passieren die ersten Sachen. Kaffee, Toilette ist schon mal sehr gut. Wobei ich heute Tee trinke, Pfefferminztee. Aber ich hatte vorher schon Kaffee zur Menüge. So. Okay, passt dazu vielleicht die Zigarette. Am Morgen ist die Frage, was ist da zu dual? Äh, vielleicht Kaffee, Zigarette? Keine Ahnung. So, also, aus elektrotechnischer Sicht Strom und Spannung. Ja, das ist eigentlich, eigentlich das Entscheidende. Also, äh, bei diesem ganzen Dualitätsprinzip eigentlich das, was man sich merken muss, ist, Strom und Spannung sind dual zueinander und irgendwie alle anderen Sachen ergeben sich so daraus. Die wir uns so anschauen, zum Beispiel Kondensator Spule. Und, äh, es gibt irgendwie immer zwei Sachen bei Dualität. Ja, Kaffee und schlaflose Nächte sind auch so, äh, Anti-Partner, ja. Da ist die Frage bei Licht, Licht und Schatten, weiß ich nicht, religiöse und spirituelle, okay, ich warte mal noch ein paar Sekunden ab. Jetzt haben wir ja nur sieben Antworten. Aber, also, aus elektrotechnischer Sicht Strom und Spannung, Strom und Spannung ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, na gut, im Zweifel komme ich nachher noch mal darauf zurück. Ich switche mal zurück zu meinen Folien. So, also, um mal ein bisschen weiter auszuholen, ähm, also, Dualität ist, ist sowas, es gibt Sachen, die sind irgendwie ähnlich, irgendwie gleich, aber doch unterschiedlich, oder die sind auf unterschiedliche Art und Weisen gleich. Und zum Beispiel, was man in der, in der Mathematik sich irgendwie anschauen kann, sind so platonische Körper, ja, so reguläre, äh, Polyeder, würde man sagen, also Körper, die von Flächen begrenzt sind, und, ähm, ein, so ein, Polyeder und einen, so ein Körper, den wir alle kennen und der auch so regulär ist, ist ein Würfel. Ja, und ein Würfel besteht eben aus sechs gleichen Seiten, das sind alles Quadrate, also die Seiten sind alle gleich, von denen gibt's sechs Stück und auch an den Ecken passiert immer das Gleiche, da treffen sich nämlich immer drei von solchen Seiten, ähm, in jeweils so einem 90 Grad Winkel zueinander und da, und genau das Gleiche passiert auch an jeder dieser Ecke, also es gibt sechs Seiten, es gibt acht Ecken und es gibt zwölf Kanten. So, und wenn man jetzt mal so, ähm, Trick 17 macht und immer in jede Mitte der Seitenfläche so einen Punkt einzeichnet, und diese Punkte alle miteinander verbindet, dann kommt ein neuer Körper raus, äh, weiß jemand, wie der heißt? Der jetzt hier in Lila eingezeichnet ist? Wer hat Ahnung von Mathe? Haben wir nicht Mathe schon entdeckt? Hast du einen schönen Traum im Kopf? Also ein, ein Oktaeder. Äh, ja, und diese Oktaeder, wenn man jetzt mal so scharf überlegt, ha, ja, na klar, also wenn ich, wenn der immer da eine Ecke hat, wo vorher so ein Mittelpunkt von der Seite war, dann muss er jetzt ja genau sechs Ecken haben. Ne, der Würfel hatte vorher sechs Seiten, der Oktaeder hat jetzt sechs Ecken. und, ähm, an jeder dieser Ecke kommen vier Seiten zusammen und die Seiten sind jetzt, ähm, gleichseitige Dreiecke. Also die Seiten sind wieder alle gleich, an jeder Ecke passiert auch das Gleiche, wenn wir vier von diesen Seiten zusammenkommen und wenn man jetzt mal so ein bisschen nachzählt, was hier passiert, hat er auch zwölf Kanten. Also das, was bei dem Würfel die Ecken sind, sind bei dem, äh, Oktaeder die Flächen, das, was bei dem Würfel die Flächen sind, sind bei dem Oktaeder die Ecken und die Kanten bleiben im Prinzip die Kanten. Und jetzt könnte man das Spiel weiter treiben und könnte sagen, jetzt nehme ich wieder von diesem Oktaeder den Mittelpunkt von jeder Fläche, mache da wieder ein Kreuz rein und verbinde wieder diese Kreuze mit, also diese, diese Punkte miteinander, was kommt dann raus? Er hat ein gutes grafisches dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Kommt wieder ein Würfel raus, ja, lucky guess, kommt wieder ein Würfel raus und das ist auch so. Also wenn ich, ne, und im Prinzip der Würfel und der Oktaeder sind zueinander dual, brauchst du sagen, so wie Strom und Spannung in der Elektrotechnik. So, jetzt gibt es noch, also es gibt fünf von diesen platonischen Körpern, äh, es gibt noch einen Dodekaeder und einen Isokaeder, die sind noch ein bisschen schwieriger vorzustellen, aber der, der, der fünfte, der fünfte platonische Körper ist ein Tetraeder. Ja, Tetraeder kennen wir irgendwie auch alle, der sieht so aus, der hat einfach vier Seiten, vier Ecken und besteht immer aus gleichseitigen Dreiecken. An jeder Ecke passiert das Gleiche, jede Fläche sieht gleich aus und wenn man jetzt hier wieder das gleiche Spiel macht, also an jeder Seitenfläche, mal ich so einen Mittelpunkt ein, verbinde die Mittelpunkte miteinander und werden aus vier Seiten natürlich wieder vier Ecken und dann kommt da das Gleiche raus. Also das Duale in der Mathematik zum, äh, ähm, Tetraeder ist wieder ein Tetraeder. Wenn ich wieder dual mache, kommt wieder ein Tetraeder raus und so weiter. So, also Dualität gibt es nicht nur in der Elektrotechnik, gibt es irgendwie in vielen Sachen in der Mathematik zum Beispiel bei diesem platonischen Körper. Und wer da noch mal mehr drüber hören möchte, es gibt einen wunderbaren Podcast, PS Genau 3 von Thomas Kahle und Petra Schwer, die irgendwie so ein paarunddreißig, vierzig Folgen durchgehalten haben. Ich glaube, das ist so die siemunddreißigste Folge oder sowas. Die sind immer so eine halbe Stunde ungefähr lang. Kann man mal, wenn man nach PS Genau 3 oder auf PS Genau 3 geht, platonischen Körper sucht, kann man sich das mal anhören. Da geht es auf jeden Fall auch um dieses Prinzip der Dualität, um noch ein paar andere Sachen. Und Thomas Kahle hat mittlerweile einen eigenen Podcast, Eigenraum, auch ein sehr schöner mathematischer Titel. So, und wie hilft uns das jetzt irgendwie in der Elektrotechnik und als Beispiel, ja, also nur mal so ein bisschen die Magic zu zeigen ist, wir haben jetzt irgendwie eine einigermaßen komplizierte Schaltung gebaut aus, wie man sieht, Kapazitäten, Induktivitäten, Widerständen, die irgendwie miteinander verschaltet sind und die von einer Spannungsquelle gespeist sind. Und ich habe mir jetzt mal die Ortskurve der, ähm, was ist das hier? V durch V1, wo ist denn hier V1? Achso, das ist, ähm, durch IV1. jetzt sehe ich das richtig mal in meiner Brille kurz putzen. Also, hier ist sowas wie die Impedanz dieser Schaltung, ne, U durch I und weil an der Spule der Strom in die gleiche Richtung zeigt wie die Spannung, habe ich da noch ein Minus davor geschrieben, sodass das die Impedanz dieser Schaltung wird. So, und dann kommt da als Ortskurve, wie bei, also hier ist ja auch wieder R, L und C drin, das ist irgendwie was, was ein, ein Schwingkreis ist, jetzt kein Reihenschwingkreis, kein Parallelschwingkreis, irgendwie ein Schwingkreis und Schwingkreise haben immer so Ellipsenkreise, irgendwelche so eine Schlängel, Schnecken, Dings, ähm, als, als Ortskurve. Und da kommt eben auch was bei raus. So, und das Tolle an Dualität ist jetzt, wo man diese Schaltung verstanden hat, ja, und zu dieser Schaltung jetzt die duale Schaltung baut, die sieht dann so aus, warum die so aussieht, wollen wir jetzt im Detail gar nicht klären, aber das ist die duale Schaltung. Ja, ist eine, eine ganz andere Schaltung, also auf den ersten Blick zumindest eine ganz andere Schaltung, hat ganz andere Bauelementwerte, die hat aber trotzdem genau die gleiche Ortskurve, aber, für die Admittanz, ja, hier steht nämlich I durch U. Und das ist genau the magic des Dualitätsprinzips. Also wenn ich die eine komplizierte Schaltung verstanden habe, äh, und genau weiß, was da rauskommt, dann habe ich die duale Schaltung im Prinzip auch verstanden, weil da kommt genau das gleiche raus, bloß eben für die duale Größe, ja, ähm, also in dem Fall, hier ist das jetzt die Impedanz-Ortskurve, hier ist das die Admittanz-Ortskurve. Und das ist genau die duale Schaltung dazu. So, also, äh, wenn man originale Schaltungen verstanden hat, kann man auch sehr schön auf die duale Schaltung gucken, weil die macht genau das gleiche, bloß eben dual, wenn man Netzwerkberechnung machen möchte. so, und da können wir jetzt, um das ein bisschen zu vertiefen, ein kleines, nettes, äh, Chaos-Quiz zu spielen, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal in meinem Browser vorbereitet, und bevor ich da hingehe, oh nee, ich gehe, ich gehe da gleich mal schon mal hin und mache das schon mal an, können ja gucken, ob hier noch irgendwas passiert, das Raum und Zeit, ja, das ist auch sehr schön, äh, wobei, ja, wobei das, also Raum und Zeit haben ja eher, Krieg und Rheinmetall ist auch sehr gut, Raum und Zeit haben natürlich, äh, eher so eine unschärfe Beziehung, ja, also wenn ich, ich kann entweder was sehr genau im Raum festlegen, dann weiß ich aber eigentlich nicht, zu welcher Zeit das da stattfindet, umgekehrt, ähm, ja, so, jetzt muss ich hier auf Livehosten klicken und dann wird das schon mal geladen und dann klicke ich mal mit bis zu 100 Spielern, so viel sind wir ja wieder nicht auf Start und dann wird die Spielpin geladen und dann gehe ich mal in den Vollbildmodus und dann haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal Ton und ich hoffe mal, dass der Ton nicht zu laut ist, der sollte genau die richtige Lautstärke haben und ich mache mal den QR-Code ein bisschen was größer und zeige ihn erstmal, ähm, und gebe dann allen Zeit, sich ja kurz einzuloggen und, ah ja, ich kann das ja trotzdem parallel machen, also ich schalte mal auf Kameravollbild im Stream um, um kurz die Preise zu präsentieren, die es heute gibt, es gibt heute wieder den guten PCB-Ruler von Wirt Elektronik, mit dem man natürlich Längen messen kann, bis zu 30 cm und Durchmesser von Kabeln, Querschnitte, wo Footprints drauf sind von allen möglichen Bauelementen, die es so gibt und von SMD-Bauelementen und so weiter und so fort, wo auch, hier ist auch so ein bisschen Umrechnung drauf, ne, von dB-Mikrovolt zum Beispiel in Volt und dB-Watt, dB-Milliwatt und sowas, also dann gibt es wie immer noch ein USB-Stick vom VDE und als Special-Preis heute ein, ein Goodie-Bag von der Uni, wie Bruce sagen würde, die Händetasche muss lebendig sein, ein sehr kleines süßes Täschchen und, oh, da sind noch so Sachen drin, die muss ich nachher noch rausnehmen, hier sind noch Aufkleber drin, uh, also Aufkleber kann ich nachher auch noch verteilen, wer noch einen Aufkleber haben möchte, aber ich muss auf jeden Fall nachher noch ein paar, kann ich noch ein paar auf meinen, auf meinen Pelikase kleben, wusste ich gar nicht, dass die da drin sind, so, es gibt, es gibt die Tasche vielleicht mit ein paar Aufklebern, aber nicht mit allen, die anderen brauche ich noch, so, das sind auf jeden Fall die Preise, und mittlerweile haben sich jetzt hier schon ziemlich viele Leute angemeldet, nämlich 22 und ich glaube, das ist jetzt schon einigermaßen stabil und deswegen klicke ich das mal weg und ohne weitere Zeit zu verlieren, klicke ich auf Start und es geht los mit Fragen zur Dualität und die erste Frage lautet, welche Größe ist dual zur Spannung? und da rasend schnell kommen dann die Antworten und es gibt auch gar nicht so viel Zeit, nämlich nur 20 Sekunden. Ist es etwa die Spannung, ist es der Strom, ist es der Widerstand oder ist es ein Leerlauf und spätestens an dieser Stelle fällt mir auf, ich muss natürlich mir noch irgendwie eine Kahoot-Brille aufsetzen und die richtige Antwort ist natürlich der Strom, alle anderen Leute haben sich einfach verklickt, also die eine Person und oh, damit ist der Letzte auf dem ersten Platz, es ist schon mal sehr gut. So, wir kommen zur zweiten Frage, welches Bauelement ist dual zum Widerstand? Ist es etwa die Kapazität, ist es die Induktivität, ist es der Leitwert oder ist es der Widerstand? Und mal gucken, was ich da als richtige Antwortmöglichkeiten habe gelten lassen. Weil, wie man sieht, der Widerstand war jetzt auch richtig, also eigentlich formell, rein formell ist es natürlich der Leitwert, R ist U durch I, wenn ich das umdrehe, kommt da I durch U raus, das ist ein Leitwert. Aber ein Leitwert in einer Schaltung verhält sich natürlich wieder wie ein Widerstand. Also man könnte auch sagen, der Widerstand ist so ein bisschen das, was das Tetraeder da ist in der Mathematik. Wenn ich das dual nehme, kommt da wieder das gleiche bei raus. Mehr oder weniger, ein bisschen gedreht, so nach dem Motto. Also hier, das Gelb ist auf jeden Fall richtig, das Grün ist auch so halbrichtig. Und, oh, damit setzt sich Carsten auf den ersten Platz, gefolgt von W3M und dem Falken und verschieben, verdrängen den letzten auf den vierten Platz. Okay, welches Baunoment ist dual zur Induktivität? Das war ja vorhin auch schon in der Umfrage so ein bisschen gespoilert. Das ist auf jeden Fall die Kapazität, no questions asked. Also hier geht es heute wirklich jetzt erstmal um Geschwindigkeit. so Carsten auf die Spitze aber das ist alles noch sehr dicht zusammen und wir kommen gleich zur vierten Frage. Welche Größe ist dual zur Impedanz? Auch das habe ich vorhin schon mal so kurz angedeutet. Und das ist auf jeden Fall die Admittanz. Es ist so wie mit Widerstand und Leitwert. Die anderen Sachen sind da auf jeden Fall falsch. Und ich meine so bei Impedanz würde ich auch behaupten, wenn man jetzt sagt dual zur Impedanz ist wieder eine Impedanz. ja, also eine Admittanz kann ich natürlich wieder in die Impedanz umrechnen, aber hier ist jetzt wirklich erstmal so tatsächlich die Admittanz gemeint. Da gibt es ja nicht so direkt so ein Bauelement für. So, oh, da ist der Falke hier am schnellsten, aber das ist alles innerhalb von wenigen Punkten. Und wir kommen zur fünften Frage. Nämlich, welche Schaltung ist zu der im Bild gezeigten Schaltung dual? Und wir sehen dieses Bild gleich. Das ist ein Widerstand und eine Induktivität. Und die sind in Reihe geschaltet. und das, was an so einer Reihenschaltung ja passiert, ist, oh ja, das ist jetzt schon ein gutes Abschnittsergebnis. Was an so einer Reihenschaltung ja passiert, ist, dass überall der gleiche Strom durchfließt und die Spannungen sich addieren. Und wenn man jetzt Spannungen durch Strom austauscht und Strom durch Spannungen, dann muss ja an der dualen Schaltung müssen sich die Ströme addieren und die Spannungen müssen gleich sein. Bei welcher Schaltung ist das so, dass die Ströme addieren und die Spannungen gleich sind. Das ist bei der Parallelschaltung der Fall. Und deshalb ist hier R und C parallel. Das ist die richtige Antwort. Die gelbe. Und damit setze ich Karsten an die Spitze, gefolgt von was ist das? Der Ring sie zu knechten und oben links. Der vierte Name ist ist was, wo noch Karout an seinem Namensfilter arbeiten muss. Jetzt haben wir die gleiche Frage nochmal. Also welche Schaltung ist zu der im Bild gezeigten Schaltung dual? Jetzt haben wir einen Widerstand und eine Kapazitätenreihe und das ist natürlich R und L parallel. Das war jetzt dann relativ trivial. Okay, da kommen hier die Gänsefüßchen auf den dritten Platz und wir kommen zur nächsten Schaltung. Welche ist dazu dual? R und L parallel? So, also ein Widerstand bleibt ein Widerstand. Eine Induktivität wird zu einer Kapazität und aus der Parallelschaltung wird eine Reinschaltung. Die grüne Antwort ist richtig. Alle richtig. Das richtigste. Das ist ja der Wahnsinn. Das hat man ja selten. So, das heißt, hier erinnert sich perspektivisch auch nicht viel am Podium. Wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte der Fragen angekommen. Nochmal so eine Sache, welche Schaltung ist ja zu der im Bild gezeigten Dual? Ich erwarte hier auch ein entsprechend ähnliches Abstimmungsergebnis. Und da stellt sich auch ein, sehr richtig, also es ist ein R und L in Reihe. So, jetzt kommen glaube ich wieder Fragen, wo man kurz ein bisschen mehr nachdenken muss. Welche Schaltung ist jetzt so ein Bild zeigt eine Schaltung Dual? Die sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus. Ach nee, die sieht noch nicht komplizierter aus. Dann täusche mich in meinen Dings. Auf jeden Fall was, wo man auch mal kurz drüber nachdenken kann. Und genau das haben wir im letzten Jahr im Prinzip beim Thema schon mal ausgenutzt. Dass man eben eine reale Spannungsquelle, die da gerade gezeigt war, in eine reale Stromquelle, also Widerstand und Stromquelle parallel umrechnen kann. Oh, damit setze ich hier oben links an die Spitze. Und wir kommen zur zehnten Frage. Oh, das ist auch eine schöne Frage. Na ja, und ich meine, bei dieser Frage kann man sich natürlich schon fragen, wie sinnvoll ist diese Schaltung, nicht so wirklich, weil die Quelle gibt ja den Strom fest vor, dadurch gibt es irgendeinen Spannungsabfall über den Widerstand. Ja, ich zeige nochmal kurz die Schaltung. Und egal, was sozusagen es für einen Spannungsabfall über den Widerstand gibt, der Stromquelle ist ja der Spannungsabfall egal, ist ja eine ideale Stromquelle, also die wird sich irgendwie darauf einstellen. Also eigentlich kann man den Widerstand auch einfach aus der Schaltung rauskicken und ändert an dem Verhalten an den beiden Klemmen überhaupt gar nichts. Und das gleiche ist natürlich auch wenn ich R und UQ parallel habe. Also da die Spannungsquelle gibt die Spannung an den Klemmen vor, egal was der Widerstand macht, der ändert eben nur den Strom, der durch den Widerstand durchfließt, aber nichts am Rest der Schaltung die man anschließt. Also diese rote Antwort ist auf jeden Fall die richtige. Das Podium ist hier immer noch ziemlich dicht beisammen. Und wir ja gut also klar diskutiere ich jetzt mal nicht weiter passiert auch nicht viel ich klicke mal weiter wahrscheinlich gibt es jetzt noch so eine Frage aber jetzt kommen gleich die fiesen und das jetzt ein bisschen Klickarbeit vielleicht müsste ich mal ein paar Fragen von denen raus kicken so sehr gut es klicken ja auch alle schnell dann geht das auch schnell manche Leute klicken ein ganz bisschen schneller aber es ist schon spannend also auf irgendwie 10.000 Punkte 7 Punkte Unterschied ist ein bisschen wie bei La Tour de France so jetzt jetzt kommt noch mal eine gute Frage jetzt kommen noch mal gute Fragen was ist das duale Schaltelement zu einem Leerlauf so und das ist ein Kurzschluss ja also an dem Leerlauf ist die Spannung null aber der Strom ist beliebig und wenn wir jetzt sagen genau das duale müsste eben sein der die Spannung ist null der Strom ist beliebig dann ist das genau ein Kurzschluss das haben ja auch die meisten gewählt und ja also ein unendlich kleiner Widerstand ist das kleine Spannungsquelle mit null Volt ist auch das kleine deswegen zählt es ja Schaltelement zu einem sich öffnenden Schalter ist es ein sich öffnender Schalter ist es ein sich schließender Schalter ist es ein Widerstand oder ist es eine Spannungsquelle und das wie man vielleicht mit ein bisschen Quizweisness und Ausschlussverfahren heraus arbeiten kann es ist ein sich schließender Schalter was ja auch so ein bisschen logisch ist mit dem was wir vorher hatten also ein sich öffnender Schalter was wir hier oben haben der geht ja von einem Kurzschluss zu einem Leerlauf und wenn Leerlauf und Kurzschluss zueinander dual sind dann muss der duale Schalter eben genau wenn der hier von einem Kurzschluss zu einem Leerlauf geht muss der von Leerlauf zu einem Kurzschluss gehen und das ist ein sich schließender Schalter ja also irgendwie findet man dieses Dualitätsprinzip dann diese ganzen Sachen immer wieder keine Änderung auf dem Podium wir kommen zur vorvorletzten Frage jetzt kommt ein bisschen kompliziertere Schaltung also ein bisschen kompliziertere Schaltung Nehme nämlich die blaue auf der linken Seite und welche ist jetzt zu der dual und da tauchen jetzt genau diese Sachen auf die wir vorher in den Einzelfragen schon hatten los in einer bisschen komplizierteren Schaltung gemeinsam so man kann da scharf drauf schauen und sagen naja also aus also aus Induktivität und Widerstand müsste Kapazität und Widerstand werden aber parallel so und eigentlich bleibt ja nur diese Schaltung hier unten über wo Widerstand und Kapazität parallel sind und hier ist ja eine Kapazität aus der muss eine Induktivität werden die ist hier parallel geschaltet dann muss die da in Reihe geschaltet sein und aus der Spannungsquelle muss eine Stromquelle werden und die muss im weitesten Sinne ist die ja hier sozusagen zu dem zu diesen beiden Zweigen also auch parallel dann ist die unten eben zu dem ganzen in Reihe so also Antwort C ist die richtige das haben ja auch so ein paar Leute angeklickt aber nicht alle da müsste es mal ein paar Änderungen geben auf dem Podium oh 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 okay so und wir kommen zur 16. Frage und die lautet wenn man von einer dualen Schaltung die duale Schaltung bestimmt was kommt da raus ist das gar nicht möglich oder wieder die ursprüngliche Schaltung ja das ist die richtige Antwort und ja eine äquivalente Schaltung das im Skript ist im Buch erklärt eine äquivalente Schaltung die hat das gleiche Verhalten also wirklich das gleiche Verhalten mit Strom und Spannung ist aber anders aufgebaut und meistens funktioniert das dann auch nur dass die ein äquivalentes Verhalten zeigt bei einer bestimmten Frequenz also wenn ich eine Reihenschaltung aus Widerstand und Induktivität habe dann ist das ja irgendwas induktives und dann kann ich die in eine äquivalente Parallelschaltung umwandeln dann hat die genau das gleiche Verhalten aber eben nur bei einer bestimmten Frequenz ähm naja und man könnte auch bidual sagen aber das sagt keiner ist wieder die ursprüngliche Schaltung so und damit ist hier auf dem Podium und auch danach eigentlich irgendwie immer noch alles in Schlagdistanz und wir kommen zur letzten Frage äh und die lautet bei welchen Dingen gilt noch das Dualitätsprinzip es ist etwa bei Knotensatz und Maschensatz ist es bei Dreik und Stern Schaltung ist es bei Masche und Knoten oder ist es bei T-Glied und Pi-Glied so das ist alles richtig bei all diesen Sachen gilt das und wahrscheinlich gibt es dadurch keine größeren Änderungen am Podium auf dem dritten Platz ist der Feike auf dem zweiten Platz ist Carsten und auf dem ersten Platz ich werde den Namen nicht aussprechen aber da ist auch jemand tada oh mit Totenkopf so herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten wir werden die Preise im Nachgang verleihen und ich muss erstmal meine Brille absetzen weil sonst sehe ich nichts und muss auf jeden Fall hier mal die Musik dann im Hintergrund ausmachen so fantastisch vielen Dank fürs mitmachen so und eigentlich also alles was wir besprochen haben letztendlich ist das alles was man über das Dualitätsprinzip so ein bisschen wissen muss ja also Strom und Spannung sind zueinander dual aus einem Knotensatz wird ein Maschensatz aus einer Reinschaltung wird eine Parallelschaltung Widerstand wird Leitwert Kapazität wird Induktivität all diese Sachen ja so und das kann man jetzt irgendwie geschickt nutzen zum Beispiel und damit knüpfen wir irgendwie an das Thema von letzter Woche und dieser Woche an um sich zu überlegen wie ist das jetzt mit einem Reihenschwingkreis und einem Parallelschwingkreis also wenn ich einen Reihenschwingkreis habe dann sind da ja R L und C drin in Reihe geschaltet wenn ich jetzt von denen jeweils die dualen Bauelemente mir überlege R wird im Prinzip wieder zu R als Bauelement L wird zu C C wird zu L also ich habe wieder R L und C aber aus der Reihenschaltung wird eine Parallelschaltung aus dem Reihenschwingkreis wird ein Parallelschwingkreis so und wenn ich mir jetzt die Formel angucke wie ich eine Resonanz Frequenz ausrechne von dem Reihenschwingkreis Omega R ist eins durch Wurzel LC und ich mache jetzt aus dem L C und aus dem C L bleibt das prinzipiell die gleiche Formel jetzt mal zu erkennen habe ich hier überall LP CP das soll das von dem Parallelschwingkreis sein das von dem Reihenschwingkreis so das kleine R steht für Resonanz so was hatten wir noch so für Formeln wir hatten zum Beispiel Bandbreite ja so dann kann ich sagen also aus einem Widerstand wird ein Leitwert und aus anstatt Leitwert kann ich auch 1 durch R schreiben 1 durch R von dem Parallelschwingkreis und aus der Induktivität wird eine Kapazität also wenn ich die Formel kenne und die einfach so umwandeln laut Dualitätsprinzip kommt da die Bandbreite von einem Parallelschwingkreis raus so genau das gleiche kann ich für relative Bandbreite machen ja also aus R wird G das wird wieder 1 durch R aus C wird L aus L wird C kommt da die Formel raus und dann stellt man fest okay das ist jetzt irgendwie weil ja Güte sowas ist wie 1 durch die relative Bandbreite kommen ja eigentlich so auch so kreuzt duale äquivalente Formeln bei raus also das was genau die relative Bandbreite ist bei dem Reihenschwingkreis ist die Güteformel beim Parallelschwingkreis und umgekehrt ja aber einfach nur Dualitätsprinzip angewendet und wenn man jetzt noch auf Impedanz und Admittanz und so zum Beispiel guckt naja das was die Impedanz beim Reihenschwingkreis ist ist eben die Admittanz beim Parallelschwingkreis und umgekehrt und hier hat man gesagt nur die hat ein Minimum das heißt dann hat hier die Impedanz ein Minimum die Admittanz hat ein Maximum hier hat der Strom ein Maximum hier hat dann die Spannung ein Spannung wenn man so will der Strom genau ein Minimum wenn ich das von einer Spannungsquelle speisen würde so so sieht das aus und das ist ja Nutzung des Dualitätsprinzips par excellence für Reihenschwingkreis Parallelschwingkreis was man jetzt vielleicht an der Stelle noch so ein bisschen sagen muss ist ein einigermaßen idealen Reihenschwingkreis zu bauen das kriegt man noch hin ja also so haben wir jetzt ja irgendwie in meinem Experiment vorher auch hinbekommen so ganz ideal war der nicht weil in der Induktivität wenn ich jetzt nur versuche die Spannung bei der Induktivität zu messen habe ich ja noch den Einfluss von dem Widerstand mit drin und dieser Einfluss von dem Widerstand der kickt eben bei dem Parallelschwingkreis noch mehr rein also wenn ich einen idealen Parallelschwingkreis bauen will dann dürfte ich da eben auch keinen Widerstand in Reihe zu der Spule ja und deswegen also einen idealen Parallelschwingkreis zu bauen in der Praxis wird immer so ein bisschen schwieriger so und jetzt können wir noch eine kleine Aufgabe rechnen und dann können wir vielleicht am Ende dazu noch ein kleines Experiment machen nämlich gegeben ist die folgende Schaltung also wir haben R und C in Reihe gerade wie schon im Quiz und wir kennen auch Werte nämlich 1000 Ohm und 0,1 Mikrofarad und wer jetzt schon scharf mitdenkt stellt fest oh ja das sind ja auch schon wieder so Widerstände die ich hier irgendwie fast habe und die erste Aufgabe ist jetzt mal wie sieht die duale Schaltung aus dann wenn man eine Formel hinschreibt mal für die Impedanz der originalen Schaltung und für die Admittanz der dualen Schaltung wie sehen diese Formeln aus und wie müssen die Werte in der dualen Schaltung sein damit gilt Admittanz der dualen Schaltung in Siemens ist sozusagen ein Zehntausendste der Impedanz der originalen Schaltung in Ohm so das kann man jeder so ein bisschen für sich ausrechnen ähm und dann können wir ein paar Werte sammeln dafür und gucken ob da irgendwie ob wir da was sinnvolles bei rausbekommen haben ähm und mal gucken vielleicht wenn ich in der Zeit jetzt die richtigen Bauelemente dafür finde und wir auch die richtigen ausgewertet haben vielleicht kann ich das gleich versuchen nochmal nachzumessen mit diesem anderen Impedanzanalyse von von Digiland oder von Keysight oder von National Instruments ist es eigentlich so also kann ja mal jeder ähm oder in 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 einer Gruppe der Wahl äh über diese Aufgabe nachdenken ich lasse sie mal an und genau und ich äh schalte mich mal stumm während ich jetzt hier Bauelemente suche und und dann gucken wir so ein bisschen rum ähm komme ich auch mal vielleicht hochgelaufen und gucke mir das mal so an wie das so funktioniert Amen wo gibt wie taue sowas die so оло toe mo spoon und die Vielen Dank. 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 So, so. Die sollte da eben genauso abhängen. Zahl. Und jetzt können wir, natürlich mal die Impedanz der und eine Admittanz. Aus der Parallelschaltung, eine Admittanz, eine Admittanz, und jetzt muss ich, ich ja den Spaß, 1,000, 1,10. LD ist so groß, setzt die Zahlenwerte ein, kommt dann 0,1 Siemens raus und 1000 Mikro-Henry. So, ist da irgendjemand in der Zeit drauf gekommen? Ich habe das Ergebnis noch irgendwo gesehen. Also, so einfach kann es sein. Also im Prinzip, bei komplizierteren Schaltungen macht man auch nichts anderes. Und irgendwo findet man im Skript auch diese, praktisch so direkt solche Formeln. Aber ich würde mir das immer auf diese Art und Weise herleiten. Weiß man übrigens, was man macht. So, und jetzt haben wir noch 10 Minuten. Das passt eigentlich perfekt, weil wir jetzt einfach nochmal genau das Gleiche machen könnten, wie in der letzten Woche. Wir messen das jetzt mit diesem Impedanz-Analysator. So, und 0,1 Siemens, wenn ich das in Ohm umrechne, wie viele Ohm sind das? Also 0,1 sind 1 Zehntel. Das Reziproke von 1 Zehntel sind 10. Kommt da 10 Ohm raus und 1000 Mikro-Henry, wenn ich das mal in irgendwie was Handlicheres umrechne, wenn ich das in Milli-Henry umrechne. Genau, sind das 1 Milli-Henry, ja. So, und das heißt, also, ich bräuchte jetzt in meiner Originalschaltung, bräuchte ich jetzt, wo stehen die Werte der Originalschaltung, bräuchte ich mal 1000 Ohm und 0,1 Mikro-Fahrad. 0,1 Mikro-Fahrad sind 100 Nano-Fahrad. Das ist der gleiche 100 Nano-Fahrad-Kondensator, den ich beim letzten Mal schon hatte. So, also ich suche mal meine Kamera wieder vor und ich habe jetzt schon mal hier den Analog Discovery 2 Impedance Analyzer vorgekramt und stelle den mal hier so hin. Ich habe auch schon mal wieder meine Käbelchen hier angeschlossen, sodass ich da besser an die Sachen rankomme. So, und jetzt ziehe ich mal hier das Scope, das brauche ich jetzt nicht mehr, das ziehe ich jetzt mal ab. Und hier hatte ich ja eine 10 Milli-Henry-Spule drauf, wo oben diese 103 draufsteht, die packe ich jetzt weg. und das war ja ein 10 Kilo Ohm Widerstand. Den packe ich auch weg. Und jetzt habe ich hier zum Glück noch ein Kilo Ohm Widerstände. Da kann man sich mal auch merken, ein Kilo Ohm, oh, warte mal, meine Kamera trägt mich nicht. Ein Kilo Ohm kann man sich auch mal merken, braun, schwarz, rot. Ja, also braun ist irgendwie eins, schwarz ist nochmal eine Null und rot ist zwei Nullen und dann ist eins, null, 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 macht 1000, macht ein Kilo Ohm. So, und da habe ich mir jetzt schon mal einen abgefummelt aus diesem Halterpack. Das ist dieser hier. Also jetzt brauche ich noch wieder hier meine gute Zange und knicke mal die Beinchen in geeigneter Art und Weise ab, so dass ich den da schön auf mein Steckbrettchen stecken kann. So ungefähr. So. Also jetzt habe ich Widerstand und Kapazität in Reihe auf diesem Steckbrett. Ja, das ist meine Schaltung. Das ist jetzt die Originalschaltung. So, jetzt brauche ich noch zwei Klemmen, mit denen ich jetzt jeweils an der einen Seite und an der anderen Seite hier die Impedanz messen kann. Schließe das an diesen Impedanzanalysator an Das ist wie immer etwas fummelig. So. Dann sieht das so aus. Kabel sind relativ steif. So, jetzt hält das. Jetzt sieht das ganz gut aus. Jetzt brauche ich noch für den Impedanzanalysator noch ein USB-Kabel, weil natürlich das Scope einen anderen USB-Anschluss hat als dieser Impedanzanalysator. Ist ja nicht so, dass wir da auch einen Standard haben. Gibt ja Micro-USB und Mini-USB und USB A, B, C bis D. Zieh mal eine Maus raus, steck diesen Impedanzanalysator rein. Boah, und hier hinten auf. Wie rum muss der? So. So. Sollte es wieder Bing-Bing machen. So. Also da ist der Impedanzanalysator da. Das ist jetzt die Originalschaltung. Und jetzt muss ich mal diese Software hier auf jeden Fall killen und brauche Waveforms heißt die. Das ist die von Digiland. Und mit der gehe ich jetzt wieder, er hat das Instrument gefunden, gehe ich in den Impedanzanalyse-Modus, mache das mal ein bisschen größer, klicke jetzt wieder an. Ich will Impedanz messen nach Betrag und Phase und wähle als Startfrequenz mal wieder 100 Hertz bis 100 Kilohertz. Das passt ganz gut. 50 Schritte pro Dekade. So. Bevor ich jetzt auf Run klicke, wie sollte das aussehen? Also wir haben einen Widerstand und eine Kapazität in Reihe. So. Die Kapazität macht was von der Impedanz her? Was ist die Formel für die Impedanz der Kapazität? 1 durch J Omega C. So. Das heißt, bei tiefen Frequenzen 1 durch was Kleides macht was ganz Großes. Ja. Die Impedanz sollte fallen. Aber die kann nicht unter 1 Kilo Ohm fallen, weil irgendwann kickt eben dieser 1 Kilo Ohm Widerstand in Reihe rein. Ja. Also ich sollte was sehen, was abfällt über der Frequenz und was dann sozusagen bei 1 Kilo Ohm konstant bleibt. Das ist das, was man sehen sollte. So. Schauen wir uns das mal an, ob das auch so tatsächlich so funktioniert. Ich klicke auf Run. So. Und jetzt sehen wir, okay, Impedanz fällt ab, Impedanz fällt ab und Impedanz bleibt konstant und bleibt bei diesem 1 Ohm. Jetzt habe ich auf, nicht auf Single gerückt, sondern auf Run, aber ich halte das mal an. Ja. Also Impedanz fällt ab über der Frequenz und irgendwann bleibt die eben konstant bei diesem Wert von 1 Kilo Ohm und wir haben Phasenwinkel, der geht von minus 90 Grad wegen der Kapazität auf 0 Grad wegen des Widerstandes. Wunderbar. Ja. Sieht aus wie, sieht auch hier aus wie gemalt. So. Jetzt. So weit, so klar. Jetzt brauchen wir die duale Schaltung. So. Und für die duale Schaltung haben wir ausgerechnet 0,1 Siemens. Das sind 10 Ohm. Glücklicherweise habe ich hier auch 10 Ohm Widerstände. Also deswegen habe ich mir auch diesen Faktor 10.000 da ausgedacht in dem Beispiel, dass da wieder irgendwie Werte rauskommen, die ich eben auch habe hier in meiner Experimentierkiste. Wie immer sind das ja so ein bisschen konstruierte Beispiele. Also jetzt muss ich hier so einen 10 Ohm Widerstand rausfuddeln. Muss auch dem ein bisschen die Beine einmal brechen. Also nicht ganz, nur umknicken. Der Widerstand braucht ein Knie. Und auf der anderen Seite auch noch eins. Diese Zange ist dafür nicht so ganz optimal ausgeht. So. Also wir haben einen 10 Ohm Widerstand. Den schließe ich jetzt mal hier an. 10 Ohm Widerstand. Und was sagt jetzt noch unsere duale Schaltung? 1000 Mikro Farad. Äh, Mikro Henry. Das war 1 Milli Henry. Das habe ich hier glücklicherweise auch. Da muss ich mal ihn hier zeigen. Hier 1 Milli Henry. Das sollte die Spule sein, wo eine 102 draufsteht. Von der Anstiegenden Firma Coilcraft. Äh, muss ich jetzt die suchen, wo eine 102 draufsteht. So, dann suche ich die mal. Hier ist das Brettchen, wo die ganzen Spulen drauf sind. Und hier ist die Spule, wo eine 102 steht. Und ich habe zwei Stück von zum Glück, nämlich jetzt eine, wo eine 102 draufsteht. So, und die baue ich jetzt hier ein. Und die schließe ich jetzt mal so an, dass die hier so zum Tragen kommt. Ähm, und jetzt sieht man, die ist jetzt noch nicht so ganz parallel zu dem Widerstand. Da fehlt jetzt noch irgendwie ein Kabel, was die wirklich parallel schaltet. Also ich muss mal dann das Beinchen von der, von dem Widerstand mit dem zweiten Beinchen von der Spule verbinden. Das mache ich so. Ja, jetzt habe ich sozusagen die Parallelschaltung gebaut. Und jetzt muss ich nur noch die Messkabel umstecken von meinem Impedanzanalysator auf die beiden, auf die sozusagen, auf die duale Schaltung. So, und das habe ich jetzt gemacht. Und da mache ich mal wieder ein Bild von. Und wechsle zurück in die Waveforms Analyse hier. So, und jetzt lasse ich natürlich den gleichen Frequenzbereich und gehe auf Admittanz. Und bei der Admittanz möchte ich jetzt eben auch messen, was ist die Admittanz nach Betrag und Phase. Und er zeigt jetzt noch die alten Messergebnisse an. Ich muss erst mal auf Single klicken. So, und wie sollte das jetzt aussehen? Das sollte genauso aussehen wie vorher. Ja, also das sollte abfallen, konstant bleiben, die Knickfrequenz sollte die gleiche sein, Phasenwinkel sollte von minus 90 Grad auf 0 gehen. Probieren wir es mal aus. So, also, Impedanz fällt ab, Impedanz bleibt konstant, aber, ja, hier vorne fällt es nicht so ganz ab, Phasenwinkel geht auch eher bei 0 Grad los und nicht bei 90 Grad los, hier hinten geht der schon auf 0. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Also auch dieses Experiment habe ich wie üblich nicht vorher ausprobiert, weil ich keine Zeit zu, keine Lust. So, also, im Prinzip sehen wir es funktioniert, warum funktioniert es bei tiefen Frequenzen dann doch nicht so ganz? Was macht uns das Verhalten hier dieser Schaltung kaputt? Naja, die Spule ist eben keine perfekte Induktivität, sondern die hat auch wieder noch einen Widerstand und dieser Widerstand liegt vermutlich auch wieder so, ne, bei der 10-Milli-Henry-Spule waren das irgendwie 30 Ohm, bei der werden das jetzt immer noch sowas wie 3 Ohm oder sowas sein und diese 3 Ohm sind dann im Vergleich zu den 10 Ohm, die wir da reingebaut haben, doch irgendwie relativ groß, also so richtig schlau sind meine Werte hier nicht gewählt, sodass da in der dualen Schaltung auch wirklich das duale Verhalten rauskommt, irgendwie muss ich auch nochmal ein bisschen an den Werten tricksen, aber ansonsten, also wenn ich nochmal ganz kurz zurück auf die Folien schalte, ja, also wir hatten gesagt, die Impedanz der Schaltung in Ohm geteilt durch 10.000 sollte irgendwie das der dualen Schaltung in Siemens ergeben, so bei der Originalschaltung haben wir, wenn man sich an die Kurve erinnert, haben wir so bei 20 Kilo angefangen, wenn ich 20 Kilo Ohm durch 10.000 rechne, sollten da ungefähr 2 rauskommen, sollte diese Kurve bei 2 Siemens enden, naja, und ich meine, das macht sie nicht so richtig, weil sie hier ja abknickt, wenn man jetzt die mal irgendwie so weiter hoch führt, weiter hoch führt, könnte das schon sein, dass die irgendwie bei 2 Siemens anfangen würde, auf dieser logarithmischen Skala, und auf jeden Fall endet die hier hinten eben bei den 1 Kilo Ohm, wenn ich jetzt 1 Kilo Ohm teile durch 10.000 kommen da 0,1 Ohm raus und 0,1 Ohm sind 10 passt das? Ne, warte mal, ne, kommen 10 was sind das jetzt hier 100 Millisiemens also ich glaube das mal, rechne ich jetzt richtig wir hatten hier 1 Kilo Ohm bei hohen Frequenzen sollten das die 1 Kilo Ohm sein 1 Kilo Ohm durch 10.000 macht macht auch eigentlich 0,1 Ohm ja genau macht 0,1 Ohm macht das 100 Millisiemens ne, müsste eigentlich 10 Millisiemens machen richtig irgendwas stimmt hier nicht vielleicht ist mein Widerstand auch nicht wirklich 10 Ohm vielleicht habe ich ihn falsch gemessen ich werde der Sache nochmal auf den Grund gehen aber im Grunde passt das so bis auf das hier vorne das sieht irgendwie komisch aus weil meine Spule ist eben nicht ideal so das so ein bisschen Dualitätsprinzip haben wir jetzt mal ein einfaches Beispiel gerechnet und ein kleines Experiment gemacht hat so mehr oder weniger funktioniert wie das immer so bei Experimenten ist so damit ciao ciao bis nächste Woche ist Professor Fick wieder da aber irgendwann bin ich auch mal wieder hier